AEDs sind beinahe flächendeckend verbreitet. Jedoch wird nicht bei jeder Ersthelfer-Reanimation auch ein AED eingesetzt. Weshalb ist das so? Und wie könnte man diese Situation optimieren? Die Fibratoren hängen heute meistens im öffentlichen Raum. Das heisst in Bahnhöfen, in Flughäfen, in grossen Einkaufszentren. Zum Teil sind sie aber auch in Geschäften, in Banken, in Apotheken. Sie sind eigentlich meistens dort, wo viele Leute sind, wo gewisse Risikopatienten auch vorhanden sind. Aber sie sind nicht dort, wo in den meisten der Fälle, 60 bis 70 Prozent der Fälle, die Kreislaufstillstände passieren. Das heisst zu Hause bei den Patienten. Das ist die gravierendste Situation, die wir zurzeit haben. Zwar sehr viele Defibratoren, aber nicht am richtigen Ort, am richtigen Platz. Das andere ist, dass häufig die Notrufzentrale gar keine Kenntnis hat von diesen Defibrillatoren. Sie sind nicht integriert im Leitsystem der Notrufzentrale. Und diesbezüglich wird es auch schwierig für die Notrufzentrale, diese Defibrillatoren dann zu mobilisieren. Und zwar, ihn vom Ort, vom öffentlichen Raum zum Patienten nach Hause zu befördern. Das sollte sicher verbessert werden. Jede Notrufzentrale muss genau wissen, wo sind die Defibrillatoren, wie sind sie erreichbar, wie kann ich sie mobilisieren. Und neben dem ist es sicher sinnvoll, ein Ersthelferkonzept aufzubauen. Und zwar Leute, die geschult sind, PLSID, die via Notrufzentrale aufgeboten werden können, öffentliche Defibrillatoren nehmen können und nach Hause zum Patienten gehen können. Wie gesagt, 60 bis 70 Prozent sind zu Hause und nicht am öffentlichen Ort. Es ist also ein bisschen ein Mismatch von dem, was das Angebot ist im öffentlichen Raum, gegenüber dem, was zu Hause da ist. Und das ist praktisch bei Null. Untertitelung des ZDF für funk, 2017